Let the sunshine in, the sunshine in, let the sunshine in, ich gehöre nur mir und You are the one I want sind nur einige Titel aus den erfolgreichsten Musicals der Welt. Und das Publikum, ob jung oder jung geblieben, hat sich im Kongress Lioben auf diese bunten und mitreisenden 120 Minuten wirklich sehr gefreut. Unsere Company hat einfach das Feuer in sich drinnen. Also wir sind, egal welche Altersgruppe, mit Leidenschaft dabei. Und das ist einmal so unser Grundtenor, den wir ausstrahlen wollen. Ansonsten, wir haben sogar Repertoire von Dschungelbuch drinnen zum Beispiel genauso. Also auch für die Kinder ist irgendwas dabei, jederzeit. Alles, das komplette Repertoire von mir sehr groß. Was diese Musicalgruppe von anderen unterscheidet, ist, dass sie wirklich hautnah am Publikum performen, aber auch mit dem Publikum. So tauchte eine Dame direkt in die emotionale und verwirrende Welt von Sissi ein. Unser großer Wunsch ist es, dass die Menschen einfach dieses Gefühl, diese Freude, dieses Feuer mit nach Hause nehmen. Und wie kann man das natürlich am besten machen, als nicht nur durch Konsumieren, einfach durch Mitmachen. Und das ist für viele Menschen ist das natürlich ein ungeheures Gefühl, auf die Bühne rauf zu gehen. Mittendrin statt nur dabei. Das und der Ausflug in die Welt von Chicago, das Leben am Wiener Hof mit Sissi und auch die schrille Welt von Grease hat das Publikum in Leom an diesem Abend aus dem Alltag entführt. Und für viele schöne, emotionale und lustige Momente gesorgt. Aber Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!